Und ich neige zwei Worte alleine, nicht mehr und seine Nacht Ich bin wieder mal allein, mein Name Cadillac, im Cadillac dich ab Mit dir, nur mit dir hatte, ja ja, nur mit dir Komm doch bitte mit dir, flieg mit mir, heute nach Havana Fliege nach Athen, nur um dich zu sehen Keiner so schön, wie du Zu viele Phantasien in meinem Kopf Leute, neues Pack-Opening hier auf meinem Kanal Lasst gerne einen Like, da macht die 1000 Likes, folgen mir weiter Bock habt auf neue Pack-Opening Ich würde mich sehr freuen, Leute, also lasst gerne Like da Abonnieren, Blog aktivieren, täglich einschalten Ja, aktiviert einfach die Glocke, kriegt in Zukunft immer eine Nachricht Wenn die Videos online gehen, verpasst ihr nichts mehr Ich würde mich sehr freuen, Leute Und schreibt die mal gerne in die Kommentare, was euer bestes Pack war In FIFA 21 Schreibt's mal gerne unten rein, ich bin gespannt, was ihr so gezogen habt Und gucken, ob der ein oder andere schon den ein oder anderen sachtigen Spieler am Start hat Checkt noch gerne mein Shop-Op, gönnt euch die nice Nights Schwarz-Weiß, Orange-Blau, Rot-Grün Die Camouflagefarmen, Kissen, Katzen, Turmbeutel Vieles mehr, gratis Autogrammkarte Zu eurer Bestellung dazu, gönnt euch Ich würde mich sehr freuen, ihr unterstützt mich natürlich mit dem Kauf Wäre sehr, sehr nice und nicht vergessen, checkt meine Songs aus, Leute Till, äh, Till sag ich schon Spotify, iTunes, Amazon Music und Co Überall heiße ich Till FIFA Gaming Gerne reinhören, ich würde mich sehr freuen Hört auf Dauerschleife Tag und Nacht Und direkt schneidet ihr den Weekend League besser ab Ich sag's euch, ihr kommt direkt Top 200 Ihr wollt die Spiele direkt schnell durchziehen, damit die Musik aus eurem Ohr verschwindet Ich sag's euch, ja Check's aus, Leute Checkt die Alben aus, ja Album ist online, Songs in Online Spotify, Link ist unter der Beschreibung Oder wie gesagt, Till FIFA Gaming gesteilen So, Leute So Leute, wir haben Zweimal 82er bis 88er Pack Du musst schon um Gegenstände kümmern Ah, also, war selber Korrekte Sache, Digga Grüße geht raus an HBW Let's go jetzt Also zweimal 82er bis 88er Möglichkeiten Danach machen wir einmal das 85er Pack auf Mal schauen Mal schauen Mal schauen, mal schauen Digga Aber jetzt, korrekt Digga Digga, warum kriegt man immer 82er Boateng mit seinem blau gefärten Haaren alter Letztes Jahr beim FC Bayern Nächstes Jahr, wo er hingeht Weil aufhören wird er nicht Da bin ich nur 100% sicher Zweites Pack Kann nur besser werden Er wollen wir wahrscheinlich genauso Er wird wahrscheinlich mal besser Wird einfach genauso Ah, ne Ah, Gulaschi Sehe ich jetzt Er braucht gar nicht weitermachen Der ist schon klar Das Ding ist Jetzt Gulaschi ist in Ordnung 85er Gulaschi Haben wir machen Das Ding ist 100%ig ist gleich wieder Gulaschi am Start Und zwar im nächsten Äh, 85er Pack Tausendprozentig Gulaschi drin sein Tausendprozentig, alter Weil der ist da zu 50% ist der drin Okay, Leute Will ich start rein Schreibt rein, was dir gezogen Hab ich bin gespannt, Leute Abonnieren, Glock aktivieren, TG einschalten, ne Lasst ein Like da, Leute Macht die 1 Milliarden Likes voll Check den Nice Shop auf Gönnt euch die Nice Designs, ne Unterstützt mich gerne Den Link zum Shop in der Beschreibung Damit direkt mehr Päcklack Direkt mehr Päcklack Am Start Oder nicht, alter Ah, Gulaschi Ah, Marokko Nein Nein, Digga Nein 85er Ziel, Digga 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 Warum, Alter Warum wird einem sowas angetan? Sagt mal ehrlich, warum wird einem sowas angetan? Ich verstehe es nicht Warum wird einem so etwas angetan? Digga Das tut weh, ey Es gibt wenigstens er kann man nichts mehr zu sagen weil man vom 80er alter jetzt noch das ich gesagt habe am ende ist wenigstens nicht so traurig ich weiß nicht was du sagen soll warum ich marokko gesehen muss schon ich wusste erst ich habe nicht mit jetzt los alter wir hoffen wir mal auf den saftigen spieler auch nicht sehr sehr sachtigen spieler hoffen hoffentlich sehr sachtigen spieler 321 schreibt die mal rein was gezogen hat leute nicht auf den nice möchte ich will es hoffen und abonnieren block aktivieren nicht verpassen lassen gleich macht die eine jahre nichts los das ist scheiße händler sind also doch was blaus was macht ihr denn hier bruno fernandes wenig auf den ersten wir gar nicht gesehen haben sondern erst hinterher ist so jetzt sind uns noch einigermaßen nicht immer sagen wenn man 87 hier raus und kommt es nicht nice warum jetzt nicht gut reden oder so ist okay alles andere ist schon echt bitter also von daher hat uns bruno fernandes wenigstens noch ein bisschen gerettet eisern schon traurig also ich meine so ist schon schlecht aber naja gut bruno fernandes immerhin frische karte warum hat er eigentlich keine 5 star skills alle demnach 5 star skills ohne scheiß gegeben aber ab innen auf die alter zwei stunden braucht man ihr wisst es für diese packs immer zum erzocken alter die müssen einfach mal können lassen like da leute macht die 1000 likes vor die wissen es dauert immer lang diese packs spielen deswegen wäre fresh ich danke euch da vielmals ich sitze gerade den ganzen tag nur daran diese packs zu erspielen alter und dann bin ich auch mal belohnt werden hoffentlich jetzt kommt let's go drei zwei eins let's go oder komm bitte gönn einfach gönn mal was blaues digga natürlich wieder nicht ey man ey ich könnte heulen digga ich könnte wirklich heulen langsam bei den packs ich könnte langsam heulen brasilien nika flügel nein torwart alison ja mann alter mit alison alter ich könnte kotzen ey alison ist nice 90er rated okay kann man mit arbeiten aber aber schau mal dann provoziert er mich noch mit so einem jubel alter und dann kommt er nicht man den frischen camouflage trikots raus im grünen sondern hat hier einfach so ein gelbes trikot an digga was ist das denn alles schon wieder komplett am provozieren das einzig gute ist dahinter können es natürlich noch der ein oder andere workout sein vielleicht sogar noch ein 90er ich weiß es nicht wir gucken mal alison habe ich schon mal gezogen ist das bittere aber ich bin zufrieden 90 euro gut wie gesagt man kann ich jemanden team auf die erwarten ich erwarte einen schon mal langsam team auf dir oder meine eigene oder irgendwie was aber gut man kann nicht alles haben im leben aber 90 wenn nicht wenn es ein 90er walkout oder 90 plus walkout bin ich zufrieden vor allem wie gesagt ist die chance hoch ja da haben wir so die chance eigentlich relativ hoch dass dahinter mindestens noch ein weiterer walkout ist unser rekord war was haben wir bis jetzt noch ich glaube drei walkouts in einem pack war der rekord bislang das war glaube ich sogar auch mit alison vorne drauf ne ich meine aber noch zwei walkouts drin mal gucken ob er eines tages 85 ist ja keine walkouts 86 mal gucken ob wir eines tages ein volles walkout pack ziehen alter fünf spieler fünf walkouts das wäre krass aber gut erstmal locker bleiben wir gucken was dahinter ist 3 2 1 let's go wenn es kommen können irgendwas anderes toni groß die kardia war uns warum sind da immer wieder ich meine ich bin zufrieden alison und tonico ist okay aber dahinter sind dann wieder 2380 die hätte nicht wenigstens nur einer irgendwie 86 sein können oder einer 87 naja ok ist okay ich kann die schimmer frikaner wir vorne gewesen erstmal bluten wir sind kann man arbeiten der toni groß wie spcs kann man das ja kann man ganz gut gebrauchen sage ich mal alison und groß kann man ganz gut eintauschen für spcs sind zwei walkouts jetzt gewesen unser rekord liegt immer noch bei drei haben wir nicht geknackt aber naja vielleicht knacken was irgendwann vielleicht haben wir es auch schon geknackt ich weiß nicht wie wann ihr dieses video sehen wie es hochladen werde wenn ich ein anderes pack was besser ist wenn ich das wahrscheinlich erst hochladen deswegen keine ahnung ihr werdet da sehen leute havert die kardia und pereira habe ich auch ich weiß nicht wie viel ich habe einige picks davon gezogen und fast immer aber das heißt fast immer aber so oft war ricardo pereira schon drin was da los er immer ist ricardo pereira gefühlt drin egal ist unser kollege der typ kommt immer ein sie kommt wirklich immer müssen wir darauf achten ich weiß nicht ob bei euch aus ist schreibt gerne in die kommentare was ihr daraus gezogen hat wenn ihr es gezogen hat leute das gerne ab oder falls ihr nicht abonniert habe kosten zu abonnieren gelockert wie ein täglich einschalten ich hoffe ihr ich hoffe ihr seid dabei checkt noch gerne meinen shop aus die nice designs in blau orange rot grün kissen passen turmbeutel schwarz weiß alles am start handy hüllen und vieles mehr gratis auch noch zu ihrer bestellung dazu leute gerne ab